Mit Menschen, wo ich Jesus responde, allmunde deoi, bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Niefeld. Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Sester, wo schafft es? Wenn ich einen Freund habe, oder eine Freundin, ich speziere, ich würde weil ich speziere, aber jedes Mal, wenn ich dahin komme, redet bloß einer, der andere ist schnell. Einer redet, der andere ist schnell. Oder der lässt ihm gar nicht zu Wort kommen. Dort wird ab einmal sehr einsig stehen. Dann wird wir ab einmal gar nicht mehr bei allen taub kommen, weil man gar nicht die Gelegenheit auch etwas zu sein, oder der andere hat nicht die Gelegenheit, dann will der nicht mit uns taub sein. Das ist sehr wichtig, wenn wir speziere, dass einer reden kann, aber dann auch bei der andere. Und der ist da hier taub. Wenn dort nicht passiert, wenn man bloß redet, nicht taub hören, dann trübelt das bald. So geht uns doch auch in unsere Beziehung mit Gott. Gott redet, und er will, dass wir zu hören werden. Und wenn wir reden, dann sagt er, dass er auch zu hören wird. Er hört was wir sagen, und er antwortet auch darauf. So, als ihr betet, als ihr vorhin seht, ein Sieg, weil ihr das nicht auch so seht, wie beten wird, und das geht manchmal ein paar Sekunden, ein, zwei Minuten, oder zehn Minuten, weil er mal, bei einzelnen halben Stunden, und je hebt einzelne, die Stunde lang beten. Aber als ihr betet, als ihr vorhin, als ihr redet zu Gott, und seht ihm alles, was er ist, und was er will haben, dass er mich vergaut hält, und dass er uns beworben hat, vor allem beißen, und so weiter, und so weiter, und dann sagen wir, der letzte Amen. Und dann schlug wir an, ab und zu einem Beispiel. Keine Tüte, zum Tauhörscher, was er sagt. Und er wird sagen, hey Gott, hey, ich will die Antwort, aber ich rede einfach alles, was ich zu sagen habe, und dann schlütte ich das Fangen, einfach dreckig auf, weil wir auch Gott tauchieren, wann Gott redet. Gott, halb uns, mit dir zu spezieren, die dort zu sagen, was in unserem Wort ist, wie weit du hier stau, aber wir wollen auch klären, die Tüte hier, was du uns sagst, und dann die, was er antwortet, in mit dieser Gemeinschaft hat. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen. Warte dem nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.